So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Soeben ist ein neues Event in Pokémon GO angekündigt worden. Deswegen willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine Infofolge. Es ist schon wieder alles durcheinander, wenn ich das gerade sehe. Heute ist der dritte Zehnde. Das brandt aktuell jetzt 22 Uhr rausgekommen. Und das Event findet erst am 12. Oktober statt. Ja, das sind auch gefühlt zehn Tage, also so neun Tage bis dahin. Dazwischen ist noch das Pikachu, Meisterdetektiv Pikachu Event. Das haben die meisten eh schon wieder vergessen. Ich weiß, keine Ahnung. Das ist alles durcheinander. Guckt einfach auf den Kanal. Da sind auch die Infovideos immer mit dabei. Ansonsten guckt ins Spiel selber rein. Da habt ihr im Heute-Tab immer untereinander alle Infos, die da sind. Oder macht es wie ich. Ich packe mir hier immer diesen Tab hin mit allen Neuigkeiten. Da sind einfach alle Events untereinander. Feiert das Release von Meisterdetektiv Pikachu. Kehrt zurück. Das steht als nächstes an. Aber wir können euch heute schon das Erntefest ankündigen. Es ist ja Oktober. Es ist die Halloween-Zeit dann. Alles. Man merkt es auch so im Fernsehen, was da so kommt. Was in den Geschäften so rumsteht. Es wird herbstlich. Die Blätter fallen von den Bäumen. Es sind 1000 Grad auf einmal wieder. Und ihr seht hier lauter Kürbisse. Und ihr seht nicht nur Kürbisse. Ihr seht auch eine Olive. Die gab es bis jetzt noch nicht in Pokémon Go. Die kennt ihr vielleicht aus anderen Spielen. Aber die wird neu eingeführt beim Erntefest. Was steht jetzt hier dabei? Das Erntefest. Von Donnerstag, den 12. Oktober 10 Uhr bis Dienstag, den 17. Oktober 20 Uhr. Pokémon Debüts. Das Oliven-Pokémon Ollini und seine Entwicklungen erscheinen zum ersten Mal im Pokémon Go. Ollini, Ollivinio und Ollitena. Ollini sieht irgendwie am coolsten aus, muss ich sagen. Die anderen zwei, ja, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Ollitena ist dann halt ein ganzer Olivenbaum. Also der hat einen richtigen Baumstamm mit Blättern dran und saftigen, krassen Olivenfarbigen. 25 Bonbons und 100 Bonbons braucht ihr jeweils dann. Also insgesamt 125, um das alles komplett durchzuentwickeln. Wird nicht als Shiny verfügbar sein, weil das ist als Pokémon Debüt. Das ist das allererste Mal da. Ja, trotzdem vielleicht cooles Pokémon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt allzu nützlich sein wird. Was gibt es generell für wilde Pokémon beim Erntefest? Knofensa, Owei, Sonnenkern, Waumbl, Vadribje, Stravigl, Waumbol, Ilminib, Flabäbä, Rotblüder und Blaublüder sowie Gelbblüder, Irbis, Fruberl und Ollini. So. Da kann einiges Shiny sein. Ein bisschen was kann auch nicht Shiny sein. Vadribje wäre dann auch kein weibliches, denn nur das weibliche Vadribje oder Vadribi kann man ja weiterentwickeln zu Honnweisel. Da solltet ihr drauf achten. Ansonsten, Owei zu Kokowai war früher immer richtig cool. Ich glaube, so ein Kokowai vielleicht als Pflanzenangreifer für den neuen Account wäre das ein nützliches Pokémon. Was wäre sonst noch cool? Ja, Irbis. Wer Shiny-Jäger ist, Irbis, wurde ja zu Halloween letztes Jahr eingeführt als Irbis mit Hut als Kostüm-Shiny. Gab es dann richtig selten, nur zum Go-Face irgendwann danach nochmal mit ohne Hut. Da konnte man das zum ersten Mal in Shiny ohne Kostüm begegnen. Jetzt kommt es da zu diesem Event zurück. Wer kein Go-Face-Ticket hatte, die Go-Face-Ticket nicht gespielt hat, nur die ganz normalen Events mitnimmt, kann hier sein Glück probieren. Ansonsten alles sehr pflanzenartig, okay. Ich sehe jetzt nicht so krasse Highlights dabei. Ollini ist neu, okay. Aber ja, wirkt erstmal sehr gemütlich. Dann haben wir Pokémon bei Feldforschungen. Ihr habt alle drei Burmys dabei. Bei den Pflanzen-Umhang, den Sand-Umhang, den Numpen-Umhang auch wieder Irbis und auch Ollini. Es wird wieder eine Sammler-Herausforderung geben, wo ihr bestimmte Pokémon fangen müsst, dass ihr auf eurer Sammlermedaille wieder einen Fortschritt habt. Event-Boni allgemein sind Moos-Module. Moos-Module locken mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Irbis an. Also das Pokémon steht wirklich im Vordergrund. Und sie halten zwei Stunden lang an. Das ist krass, denn normalerweise hält ein Modul ja eine halbe Stunde. Bei manchen Events eine Stunde. Module halten bei C-Days drei Stunden in Ausnahmefällen. Das ist dann eben nur in den drei Stunden auch, wo das so ist. Aber hier während des ganzen Events habt ihr jedes Modul mit zwei Stunden. Das könnt ihr den ganzen Tag machen, das könnt ihr sieben Tage die Woche machen. Das ist eigentlich cool. Ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Ihr erhaltet während des Events zusätzliche Irbis-Bonbons für das Fangen von Irbis. Die werden also auch ordentlich gepusht. Es gibt wieder Pokémon-Showcases mit Olini-Irbis-Pump-Gin an ausgewählten Pokestops. Und da wünsche ich euch viel Erfolg. Ich kann keine Showcases machen auf dem Habanero-Account. Der sieht keine mehr. Weiß auch nicht, ob man da nientig sagen kann, hier mach mal hin, dass man das wieder sieht. Und ich darf keine Premium-Items nutzen. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Sammler-Herausforderungen habe ich ja schon gesagt. Da gibt es dann EP-Sternstaub, auch Moos-Lock-Module, die wie gesagt zwei Stunden halten. Und die dann auch vermehrt ihr bis Andocken. Es wird wieder ein kostenpflichtiges Ticket geben, beziehungsweise diese befristeten Forschungen. Zu dem Ticket Schaurig-Schönes-Ticket habe ich ja auch in einem extra Video schon mal vorgestellt. Das war das mit Schaurig-Schönes-Ticket im Pokémon. Da warten euch im Oktober viele Überraschungen. Also mir wurde das Ticket geschenkt von Hannes. Dankeschön an Hannes an der Stelle. Und das ist, glaube ich, dann das zweite Mal, dass das zum Einsatz kommt. Denn bei diesem Meisterdetektiv-Pikachu-Event am 5. gibt es, wenn man das Oktober-Ticket hat, eine befristete Forschung, wo es auch zum Beispiel drei Raid-Pässe dann draus gibt. Bei diesem Event, bei dem Erntefest am 12. gibt es eine zweite befristete Forschung, wenn ihr eben dieses Ticket habt. Also die kriegt man nur mit dem Ticket. Wer natürlich jetzt ab der vierten Forschung sagt, ach, das finde ich cool, das will ich und kauft sich dann für das vierte und letzte Event dieses Ticket und bezahlt dann 5 Euro. Der ist wirklich bescheuert. Also wenn, dann sollte man sich das jetzt überlegen. Man sollte das sich jetzt holen, bevor das erste Event, das mit Detektiv-Pikachu ist, gönnen. Soll man sich entscheiden, okay, die Items, die es darin gibt, sind ungefähr 5 Euro wert. Die Pokémon-Begegnungen, die man zusätzlich hat, nehme ich so mit. Aber hier habt ihr auch ein Event, was an dieses Ticket geknöpft ist. Ihr könnt das Event natürlich völlig kostenlos spielen, aber ihr seht ja schon. Es gibt eigentlich nicht viel Neues, außer Olini und halt ein paar Pflanzen-Pokémon. Ist jetzt nicht so krass, so spektakulär. Irrbis steht im Vordergrund. Aber ich freue mich auf die befristete Forschung, was da dabei ist. Ich freue mich auf alle vier befristeten Forschungen, hoffe, dass ich die abfilmen kann, damit der Hannes mir das Ticket nicht umsonst geschenkt hat, sondern ich euch zeigen kann, für die, die das Ticket nicht haben, was eben diese vier Forschungen sind, die man mit Ticket erhält. Ich freue mich auf Olini. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. Es gibt ja viele Leute, die mögen keine Oliven. Ich muss sagen, ich esse eigentlich Oliven. Und ja, Pokédex-Eintrag, nehmt mal mit, ist für alle neu. Habt ihr Bock auf das Event? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Warte mal. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ciao.